Ein wunderschönen guten Abend! Oh mein Gott, wir haben es erwartet. Wir haben es 22.54 Uhr am Samstag, der 13. Februar, und zwar folgendes. Morgen ist Valentinstag! Yeah! Oh mein Gott! Oh, Feuerwehrlauen. Auf jeden Fall habe ich heute etwas wunderschönes gekauft für alle meine Single-Freunde da draußen. Okay, auch für die Freunde, die nicht Single sind. Und deswegen kommt jetzt runter mit in den Garten, denn es soll in der Nacht frieren und wir möchten ja nicht, dass es kaputt geht und deswegen kommt mit. Es ist einfach mal schon so dunkel, ne? Obwohl wir hier Licht haben, sehe ich eigentlich fast nichts. Wo ist der Hund? Wow! Das Ding ist, mir ist gerade aufgefallen, dass es rausgefallen ist aus dem Wasser. Und ich hoffe, die sind auch okay, denn es sind verdammte blaue Rosen. Die sehen einfach mal mega aus. Mega. Ja, wie gesagt, die sind für meine Freunde und zwar genau für die Freunde, die Single sind und auch nicht Single sind. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber sagen wir es so, die sind für meine Freunde. Oh, Obst, hallo. Ich werde diese jetzt anschneiden und in lauwarmes Wasser stellen, denn ich werde die erst am Montag verteilen, da ich dann meine Freunde erst wieder sehe. Und wir möchten ja, dass die süßen, schönen und wunderschönen Rosen bleiben, so wie sie sind. Also Leute, wenn du deinem Liebsten oder deine Liebste eine Freude machen willst, schenk ihr oder ihm blaue Rosen. So, ich habe eine Vase besorgt und sie passen. Die wunderschönen und wunderwunderwunderschönen Rosen passen perfekt in diese Vase rein. Also Leute, wir haben jetzt Informatik und es schneit. Schöne Rosen gekommen. Na, na, na. Ja. Einfach mal Socken und fliegen. Ja, Leute, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nicht allzu schlimm, dass ich euch an meinem Valentinstag mitgenommen habe. Ich würde es auch gar nicht zu viel Unnötiges labern und deswegen würde ich dann einfach sagen, sehen wir uns nächste Woche Samstag. Und bis zum nächsten Video. Ich würde es auch gar nicht zu viel Unnötig machen. Ich würde es auch gar nicht zu viel Unnötig machen. Ich würde es auch gar nicht zu viel Unnötig machen. Ich würde es auch gar nicht zu viel Unnötig machen. Ich würde es auch gar nicht zu viel Unnötig machen. Ich würde es auch gar nicht zu viel Unnötig machen. Vielen Dank.